Musik Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, ja, Farmist Dynasty. Herzlich willkommen zurück hier zu unserem, ja, Bauernhof und in der letzten Folge habe ich euch ja gezeigt, wir haben zwei Helfer angestellt und die sind fleißig mit dabei hier diese Felder zu flügen und ich muss auch noch ein bisschen was tun, bevor der Tag hier vorbei ist, denn morgen gibt es wohl Regen, so wie es aussieht und vielen, vielen Dank nochmal für die ganzen Kommentare, vielen Dank für die ganzen Tipps und für die Hinweise, großes Dankeschön nochmal an euch. So, ich würde sagen, ein bisschen wollen wir noch was tun hier, das heißt wir schwingen uns jetzt hier in unserem sehr großen Fahrzeug und werden jetzt hier das Feld aufbereiten und wir werden jetzt hier einfach mal eine Runde, schon mal eine Runde grubbern und das geht relativ fix. Das heißt, das werden wir machen, ähm, ansonsten danach, hier ist auch alles schön in der Reihenfolge gemacht, äh, muss es noch gedüngt werden, das heißt wir brauchen Dünger, da müssen wir auf jeden Fall nochmal einkaufen gehen, zum Agrarmarkt und, ähm, da soll sich auch der Hund befinden. Da werden wir dann auch nochmal vorbeischauen, aber ich denke mal erst am nächsten Tag, ähm, am heutigen Tag nicht mehr, ähm, denn ich werde das Feld glaube ich hier noch fertig machen, dann ist das auch dementsprechend dann soweit auch schon fast Nacht. Wir haben ja schon 17.19 Uhr hier im Spiel und, ähm, oh, Achtung, Wildschwein-Crossing. Hahaha. Und, äh, da ist der Tag auch schon wieder fast vorbei, ne? Ja, mit den Helfern ist echt cool, ähm, wollte ich einfach mal zeigen, ich werde natürlich meine Felder alle selber machen, ähm, aber fand ich jetzt mal ganz praktisch, ähm, so eine helfende Hand zu haben, da kann man auch mal andere Dinge machen, ähm, der eine oder andere von euch hat auch geschrieben, äh, ja, Felder macht er gar nicht, der macht wirklich nur Milch, äh, dementsprechend und kümmert sich um die Hühner und, äh, erntet hier die ganzen Sachen. Die sich dort im, äh, im Gewächshaus befinden, kann man natürlich auch so machen und das finde ich auch das Tolle an dem Spiel, man kann so viele schöne Sachen hier machen, das ist echt super gemacht und, äh, macht auf jeden Fall richtig viel Spaß. So, wir fahren mal hier einen Schritt zurück. Ich will immer die 3 drücken, ne? Zu viel LS wieder gezockt. Und, apropos LS, morgen gibt es wieder eine neue Form, äh, eine neue Folge, beziehungsweise ein Livestream. Um, äh, 16 Uhr geht's los, äh, mit The Old Stream Farm. Ähm, am Sonntag wieder ETS 2. Und, ähm, ansonsten gibt es heute, äh, dementsprechend, ähm, auch noch ein weiteres Video. Surprise, surprise, kommt um, ja, ich sag mal 17 Uhr, glaub ich, wenn ich's richtig eingestellt habe. Ähm, und ich wollte das Video eigentlich schon hochladen, ähm, bevor ich die Folge hier aufgenommen habe. Die hab ich nämlich, ähm, Donnerstag aufgenommen und, äh, da kommt ein anderes Spiel noch. Freut euch. Hehehe. Gab's lange nicht. Ist auch eine Simulation, äh, ist was Neues, ist ein Preview zu nem, äh, DLC, was bald kommen wird, äh, und schaut's euch einfach an. Vorab-Infos und, äh, ja, schaut's euch an und schaut einfach um 17 Uhr auch rein. So, die Sonne geht unter, äh, er ist, glaub ich, fertig hier, der haut ab, weil der andere hat noch ein bisschen was zu tun. Und ansonsten muss ich mal schauen hier, dass ich mir mal echt bald hier so einen Traktor zulege, aber der kostet halt so viel Geld, ne? Und so viel Geld haben wir gar nicht. Ihr guckt mal, wir haben 9000, weil wir jetzt auch ein bisschen was für die Helfer ausgegeben haben, aber ich dachte mir, okay, zeig's es, äh, euch mal, wie das mit den Helfern funktioniert. Und, äh, dass ihr da auch mal einen Einblick bekommt, ne? Ah, das war ein bisschen zu schnell. Ich würd sagen, wir machen heute hier noch das Feld soweit fertig. Und, äh, werden dann morgen mit dem anderen Feld weitermachen. Wir werden dann, ähm, auf jeden Fall nochmal nach dem Hundi gucken. Das machen wir auf jeden Fall, dass er auch endlich bei uns am Hof ist. Dann, ich glaub, Janett hatten wir erst in der letzten Folge. Ne, davor die Folge Besuch abgestattet. Ich glaube, da müssen wir noch eine weitere Folge warten, bevor wir da wieder vorbeischauen. Und, äh, da müssen wir mal überlegen, was haben wir denn beim ersten Mal geschenkt? Ich glaub, das war so eine Tulpe oder so, ne? Ich glaub, Rosen hab ich gekauft, ne? Ach ja, so ein Rosenstrauß, genau. Den kriegst du beim nächsten Mal. Und dann wird sie uns liebgewinnen und da wird sie bei uns einziehen. Ähm, ihr hattet auch geschrieben, dass ich mich so ein bisschen, äh, mit der Verschönderung des Hofes noch beschäftigen sollte. Ja, wird's auf jeden Fall geben, aber dafür brauch ich erst mal Patas, ne? Ich will nicht schon wieder pleite gehen. Ähm, ich will mich erst mal hier um die Felder kümmern. Ähm, vielleicht auch nochmal ein Feld kaufen. Ich weiß noch nicht. Muss man einfach mal schauen. Denn, ähm, was recht schwierig ist hier, ähm, ist an Geld zu kommen. Und, äh, das ist immer noch so klein bisschen schade, dass es da keine verschiedenen, zum Beispiel, ähm, Einstellungsmöglichkeiten gibt an Spielversionen, ne? Was gibt da, denke ich mal, auch den einen oder anderen von euch, der jetzt nicht so der Vielspieler ist. Ähm, der aber gerne, ähm, verschiedene Spiele spielt. Und ich sag mal, man braucht halt sehr lange hier, bis man Erfolge hier hat, ne? Also, es dauert schon recht lange. Und bis man an Geld kommt, auch an die Traktoren. Ähm, auf der einen Seite natürlich ist der Langzeit-Spiel-Spaß da gegeben. Aber wenn ich mal überlege, ähm, wie viel Folgen ich schon gemacht habe und, äh, dass die Einnahmen nochmal, ähm, nach unten, äh, justiert wurden, laut Aussagen von euch, äh, ja, ist schon ein starkes Stück, ne? Aber es macht trotzdem Spaß, ne? Also, der Mix hier aus, äh, aus Landwirtschaft, ähm, und, ähm, ja, Lebenssimulation und Bausimulation ist auf jeden Fall echt eine coole Sache. Und, ähm, das, was, äh, ja, der Publisher Toplitz oder der, äh, Entwickler Toplitz, ähm, aus dem Spiel gemacht hat, auf jeden Fall richtig geil, ne? Also, mittlerweile richtig gutes Spiel geworden. Ein paar Sachen wünscht man sich, ähm, noch, die noch mit dazukommen. Vielleicht kommt das ja alles noch. Vielleicht gibt's ja irgendwann auch mal einen weiblichen Charakter, ne? Wäre auf jeden Fall auch zu wünschen. Hatte der eine oder andere von euch ja schon mal geschrieben, dass es auf jeden Fall im Sinne der Gleichberechtigung auf jeden Fall auch weibliche Charaktere geben wird. Wobei es dann natürlich auch diverse geben muss, ne? Weil es ist ja jetzt auch, äh, dementsprechend steht da auch auf Ausweisen drauf, ne? Und auch auf Anschreiben, ne? Ich hab letztens einen Brief bekommen, so ein Allgemeines, da stand drauf, äh, sehr geehrte Damen und Herren und diverse, ne? Das ist ja jetzt anerkannt und, äh, ist dementsprechend dann auch korrekt, ne? Ja, und ansonsten, Leute, schaut mal bei Instagram vorbei, ne? Ich, äh, ihr habt schon gesehen, ich hab da immer mehr gepostet, für die, die schon mal dabei waren. Ansonsten, ähm, guckt einfach mal rein. Ich werd ab und zu mal was posten, ähm, so der eine oder andere hat's schon reingeschrieben, äh, schick mal ein bisschen mehr von deinem, äh, sag schnell hier von deinem, äh, Aufnahmebereich, weil da hab ich ja schon mal die anderen oder anderen Bilder jetzt nicht davon geschickt, sondern einfach im Hintergrund das gehabt, das interessiert euch. Vielleicht kommt da auch noch mal was, ähm, ansonsten oben, ähm, in der, wie, nicht in der Videobeschreibung, sondern in der Kanal, äh, in den Kanalinfos findet ihr auch einen Link auf Twitch. Ähm, den hab ich jetzt auch mittlerweile eingerichtet, würd mich auch freuen, wenn ihr mir da auch folgt, ähm, einfach Homa, wie auch hier der Kanal und dann hinten am, äh, Ende noch Ypsilon T für YouTube, ähm, aber Link oben ist auch mit dabei, würd mich auch freuen, wenn ihr mir, wenn ihr mich da auch noch verfolgt. Und, ähm, wann ich allerdings auf Twitch durchstarte, muss ich mal gucken, vielleicht Ostern rum, wär echt ne coole Zeit. Und, ähm, was, äh, ich auch schon mal angekündigt hatte in meinem Livestream, ähm, dass wir auch einmal im Monat hier so eine kleine Talkrunde im Discord machen möchten, ähm, ja, mit euch gemeinsam, mich mal ein bisschen auszutauschen, ein bisschen quasseln und so weiter, äh, ist vielleicht, denke ich, mal auch eine coole Sache, mal so ein Stündchen. Ne, natürlich, äh, ist es auch ein bisschen moderiert dann von der lieben Melanie, ne, den meisten bekannt, äh, unter dem Namen Melva, ne, ist ja meine Moderatorin und, äh, das heißt, wir werden da auf jeden Fall, äh, ja, mit euch dann mal eine Talkrunde machen im Discord, äh, wo wir uns dann auch mal so ein bisschen plauschen können. Ähm, ihr wünscht euch auch immer, dass ich mit euch spiele. Ähm, ist schwierig. Ne, ist schwierig aktuell, ähm, vielleicht gibt's irgendwann mal ein Multiplayer-Projekt, müssen wir mal gucken, wo wir gemeinsam spielen können, wobei natürlich auch gewisse Voraussetzungen erfüllt sein müssen, ähm, wie beispielsweise ein vernünftiges Headset, ähm, bei Multiplayer-Let's Plays oder, äh, Community-Let's Plays, ähm, dann eine gewisse Reife sollte man auch schon haben, ne, äh, und, äh, einfach Spaß am Spielen natürlich, was auf jeden Fall auch mit dazugehört, ähm, müssen wir mal gucken, sind's alles viele Gedankengänge, aktuell, wie gesagt, zeittechnisch nicht möglich bei mir, weil viel zu tun auf Arbeit, ähm, deswegen. Gut, dann haben wir es auch schon fertig gleich hier. Mal kurz mal hier ein Screen machen. Ein bisschen näher ran noch hier. So, Feldarbeit. Und weiter geht's. So, haben wir auch gleich fertig hier alles. Sehr gut. Fahren wir auch nochmal lang. Noch zwei, dreimal rauf und runter und dann haben wir es. Und dann hauen wir uns hier ins Bett und dann gucken wir beim nächsten Tag, was wir dann dort noch erleben werden. Ich denke mal, zum Hund werden wir gehen. Wir müssen die Kühe melken, ähm, wir müssen Eier dementsprechend einsammeln, müssen uns um unsere, unser Gewächshaus kümmern. Ihr seht, auch hier haben wir natürlich sehr, sehr viel zu tun. Und, ähm, das ist auch gut so. So, weiter geht's. Das sieht doch mal gut aus hier. So, fahren wir einmal die Ecken hier noch, äh, einmal zu Ende und dann können wir dann jetzt noch einmal rauf und runter und dann haben wir das Feld fertig. Das andere müssen wir dann auch noch fertig machen. Ähm. Das machen wir dann in eine der nächsten Folgen. Vielleicht in der nächsten sogar zum Ende hin. Gucken wir einfach mal. So. Das kleine Stück müssen wir noch. Nochmal runter in den Grubber hier. Und dann... ...haben wir es geschafft. 99 Prozent, ich denke mal, das ist okay. So, hoch das Ding hier. Da fahren wir mal zum Hof. Machen wir mal ein bisschen Licht an hier. Das sieht immer aus wie die Maschine des Todes, ne? Ghost Rider. Ha, 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 ha. So. Das heißt, den Grubber, den können wir eigentlich, äh, oder die Maschine, das parken wir mal alles hier. Weil das brauchen wir ja dann nochmal. So. Dann machen wir das Licht mal aus hier. Stellen den mal ab. Ich würde sagen... ...oha. Schauen wir mal kurz hier am Hof vorbei. Ob hier auch alles richtig ist. Ich weiß gar nicht, konnte man eigentlich Marshmallows, äh, hier an dem Lagerfeuer machen? Ich gehe mal zum Lagerfeuer. Ach, guck mal, die Grillen hier, die Zirpen. So, das Feuer konnten wir ja anmachen, das wisst ihr ja. Ja, da kann man sich ja auch hier so schön hinsetzen, ne? Und so ein bisschen entspannen. Ähm, cool fände ich auch noch, wenn man so Marshmallows rösten könnte. Es wäre auf jeden Fall echt cool. Oder hier so Stockbrot, ne? Kennt ihr das? Früher immer hier bei Stadtranderholung und sowas. Hier in den Sommerferien immer. Hauen wir mal wieder aus hier. So. Äh, auch immer gegessen. Total cool. Ähm, hat auf jeden Fall immer echt Spaß gemacht. Und, äh, als Kind war ich immer unterwegs. Sechs Wochen lang Stadtranderholung. War richtig cool. Erstmal dann, äh, nach Söderwig. Ich komme aus Drecklinghausen. Ist mal da hingefahren. Und da hat man dann Fußball gespielt. War mal schwimmen gewesen. Da war so ein richtiger Teich und so. Total cool. Hat richtig Spaß gemacht. Und, äh, da haben wir uns immer in den Fähren aufgehalten. Natürlich sind wir auch mal mit Eltern mal weggefahren im Urlaub und so. Aber das war mal ganz cool. So. Ich würde sagen, wir schlafen mal. So. Und jetzt haben wir wieder einen wunderschönen Morgen hier. Mh, ah. Es gibt neue Eier im Hühnerstall und die Kühe müssen gewolken werden. So, das heißt, bevor wir das machen, äh, werden wir erstmal was, äh, essen hier. So. Leider müssen wir unser Essen uns noch selber machen. Und der Eimer, äh, putzen müssen wir auch noch selber. Ähm. Vielleicht ja bald nicht mehr. So, ähm. Weiter geht's. So. Haben wir uns ein Ei reingemampft. Und, äh, ne, sollte es nicht heißen, dass die Frau in die Küche gehört, ne? Aber, Arbeitsteilung? Oh, guck mal. Oh, ist das hellverdammt, ey. Ähm. Man teilt sich die Arbeit dann ja auf hier, ne? So ein bisschen. Ja. Cool. So. Eier sammeln. Die müssen wir dann verarbeiten. Zack. Oh, guck mal, da waren sie wieder fleißig hier. Ich muss gleich mal gucken, ob die überhaupt noch genug zu futtern haben. Warte mal. Oh, 42%. Oh, das reicht noch. So. Gucken, wie viele Eier wir heute rauskriegen. Sorry. So. Es regnet. Näh. Es regnet. Verdammt. Das ist doch scheiße. Mensch. Wir können mal gucken, ob wir einen Schirm haben hier. Irgendwo soll auch noch eine Motorsense sein, hattet ihr gesagt. Was regnet das denn hier? Das ist doch... Oh, nö. Och, nö. Das ist doch scheiße. Boah. Boah. Ich werde nass. Mal ab zu der Kühe hier. Regnet das eigentlich rein hier? Nee, nicht wirklich. Oder? Hört sich auf jeden Fall auch recht cool an. So. Oh, Mann. Wie hießen sie alle? Ich habe die Namen vergessen. Nein. Scheiße. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Schande bei meinem Haupt. Verdammt. So. Das sind heute mal die namenlosen Kühe. Bis mir wieder eingefallen ist, wie die Kühe heißen. Ach, scheiße. Ich habe es echt vergessen, Leute. Es tut mir leid. So. Habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Aber naja. Sie stehen zumindest alle. Deswegen brauche ich sie ja heute nicht mit Namen ansprechen. Dass sie aufstehen müssen. Das ist schon mal praktisch. Mal gucken, ob die noch genug zu futtern haben hier. Oh, nein. So. So. Steht auch auf. Sehr gut. Erstmal alle Kühe melken hier. Ach, guck mal. Die wissen, dass ich... Ach, Herr, guck mal. Braucht man sie ja nicht mal mit Namen ansprechen. Das finde ich gut. Kappa. Ach, guck mal. Ach, guck mal. Ach, guck mal. Ach, guck mal. Kann ich mal einen Schirm kaufen hier. Das ist doch ekelhaft. Guck mal. Was ich toll finde ist, ne? Guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an, wie geil das ist. Mit den Pfützen. Ne? Sieht richtig geil aus. Guck mal hier. L.S. Kriegt das ja auch hin. Äh, Kappa. Äh, ja. Ja, da kriegen sie es nicht hin. Äh, von Giants. Aber, äh, ich sag mal, Toplitz, äh, hat das gemacht. Gut, man sieht jetzt hier nicht, dass man, äh, hier durchläuft oder so, ne? Aber ihr wisst, was ich meine, ne? So. Gucken wir mal hier. Jetzt werden wir hier auch nochmal regnen lassen. So, die Pflanzen. Ne, die... Warte mal da hinten. Sehe ich was. Die Pflanzen brauchen hier meiner Meinung nach auch ein bisschen zu lange. Ne. Da ist auch nix. So, gehen wir mal raus hier. Hier ist die Performance immer sehr, sehr schlecht. So, haben die Kühe denn noch genug zu futtern? Ich guck mal kurz. Warte mal. Das ist natürlich... Ja, 55% noch. Das langt. Ja, toll. Das ist natürlich Mist. So, wo müssen wir da überhaupt hin? Erstmal müssen wir da alles verarbeiten hier. Wir gehen erstmal rein. Erstmal aufwärmen. Erstmal einen Kaffee machen. So. Das fände ich auch noch cool, dass man hier so Kaffee machen kann. Dass man da so ein bisschen länger wach bleiben kann. Ne? Hier so Kaffee brühen oder so. Ne, so. Aber ansonsten? Ja. Ist schon cool. Ein bisschen Lichter, ein bisschen dunkel hier. So. Ah. So. So, kochen wir mal wieder. Wir machen, äh, Dosenmilch erstmal. 19 Stück. So. Zack. Dann machen wir einmal gekochte Eier. Oh, guck mal hier. 50 Stück, ey. Oder 51. So, haben wir noch was übrig? Ich glaube, ich habe sogar noch Koche Eier. 52 Eier sogar. Wow. Und damit verdienen wir später richtig Geld, ne? Ich finde es auch schade, dass man das nicht mehr erweitern kann. Dass man dann noch weitere, äh, machen kann. Weitere, äh. Sagen wir mal wieder Lichter aus hier. Lichter aus. Ähm. Dass man dann noch weitere Hühnerstelle bauen kann. Vielleicht nochmal Schafstelle. Schweine oder so. Auch total cool wäre das. Boah. Jetzt müssen wir wieder hier in die, in die Kälte. So, ich glaube, wir fahren heute mit dem Bus. Weil mit dem Trecker fahren ist doof. Und das Auto habe ich, äh, am Arsch der Welt geparkt. Könnt ihr eigentlich auch mal zurückholen. Den Wagen könnten wir eigentlich auch verkaufen, ne? Was haltet ihr denn davon, dass wir den, den Pickup verkaufen? Weil ich brauche den nicht unbedingt. Ich weiß ja nicht, was der bringt. Wir könnten mit dem Bus ja mal hinfahren. Moin John. Stehst du ja gerne im Regen, ne? Äh, hör mal. Willst du dir keine Jacke anziehen, Junge? Schön, Sie zu sehen. Ja, guten Tag. Hallo. Ja, schön. Super. Ich stehe in dem Regen. Äh, ja. Gar nichts brauche ich. Was brauchst du, ist immer die Frage, ne? So. Wir behalten mal wieder. Ah, guck mal, wir haben nur Apfelmus. Guck mal, 500 Euro. Das heißt, wir behalten mal hier so zwei für uns. Fupp. Dann. Boah. Immer so zwei für uns. Guck mal, jetzt haben wir schon wieder fast 10.000. Guck mal, das Apfelmus. 11 Stück. Verkaufen wir da alle. Ne, ne? Komm, ein Apfelmus behalten für uns. So, guck mal. 780 Euro haben wir jetzt verdient, ne? Total cool. Und, ähm, wir gucken mal kurz auf die Map. Haben wir irgendwelche neuen Aufträge? Ich guck mal. Ah, müssen wir die Seemaschine noch holen. Düngen müssen wir auch noch. Den Pickup könnten wir auch mal wieder holen. Äh, ja. Muss los. Ähm, den können wir auch mal wieder holen. Wir könnten auch zum Agrarhof runterfahren. Da war nämlich da das Agrarfachgeschäft. Da fahren wir mit dem Bus jetzt hin. Und, äh, werden da mal gucken, ob der Hund da ist. Weil, ihr sagtet ja, der Hund ist da. Ich hätte mich keine Lust bei dem Wetter hier. Boah. Mit dem, äh, mit dem Traktor zu fahren. Ne? Guck mal, wie nass das hier alles ist. Total toll. Auch mit den Fitzen und so. Echt liebevoll gestaltet. Sehr schön gemacht. Oh, top. Cool wäre natürlich noch, wenn man jetzt hier durchläuft. Und das so pitch, pitch, pitch macht. Oder? Macht das? Ne, leider nicht. So, jetzt müssen wir zum Agrarfachgeschäft. Wir drücken mal Enter. Das war ja hier. So. Ja, Ladezeiten sind okay, würde ich sagen. Ach, guck mal, da ist der Hund. Da ist er. Ja, fein. Unser Hund für den Hof. Guck mal, da schaut er. Sollen wir ein Screen machen? So, Wurst geben. Ja, er kommt zu uns. Sehr zu mögen. Ach, guck mal, ein Herz. Rex ist dein bester Freund. Denk daran, ihn regelmäßig zu füttern. Er kann seine Meinung ändern, wenn er vernachlässigt wird. Oh ja. Okay. Guck mal. Ah, guck mal, da läuft er. Ah, wo läuft er denn? Ja, fein. Ach, guck mal, wir können streicheln. Ach, cool. Ja, nice. Ja, fein. Ja. Ah, ein Freund fürs Leben. So, cool. Cool. Coole Sache. Jetzt ist er bei uns. Ach, guck mal, der läuft schon mal nach Hause. Sieht lustig aus. Geil. So, guten Tag. Hallo. E-Bims. Eins-Bauer. So, gucken wir mal. Was brauchen wir denn noch? Wir brauchen Dünger brauchen wir. Brauchen wir Dünger oder brauchen wir Dung? Was kostet denn was? Das ist ja Dünger. Das ist ja hier so Fertigzeug, ne? Dung kostet 95 Cent. Warte mal, wie viel haben wir eigentlich bei uns? Warte mal. Ja, wir haben doch, gibt doch irgendwo Hochstatistiken, ne? So, Dünger auf Lager. Ach, guck mal, wir haben sogar 220 Kilogramm. Fertex. Aha. Fungiert als Dünger und Dung. Okay. Kühe. Mist haben wir auch gelagert. Oh, guck mal. Ist zwar nicht viel, aber müssen wir, glaube ich, gar nichts einkaufen, ne? Ansonsten könnten wir noch mal. Was kostet denn eine Kuh? Können wir noch weitere Hühner? Ne. Schade, leider nicht. Eine Kuh. Oh, guck mal, 500. Liefert uns auch wieder Milch, ne? Ah, komm, lassen wir erst mal. Fertex. Vorrätiger. Zucchini-Setzlinge. Melonen. Ah, guck mal, Melonen. Melonen. Haben wir Melonen schon gekauft? Ne, ne? Ne. Zurück. Gras. Ne. Ich denke mal, wir brauchen erst mal nichts. Können doch mal aufhören zu regnen. Ich würde sagen, wo stand unser Auto noch mal? Hier oben, ne? Ich würde sagen, wir gehen mal hier hin und holen das Fahrzeug einfach mal. Fahr mal eine Runde mit dem Bus. Und wir werden dann zum Fahrzeug uns begeben. Und dann werden wir mit dem Fahrzeug dann zurückfahren. Oder, ich warte einfach mal ab, was ihr in den Kommentaren schreibt, ähm, ob wir dann nicht desto trotz vielleicht den Wagen einfach verkaufen. Weil ich bräuchte ihn jetzt nicht unbedingt. Ich weiß nicht, ob so meine zukünftige Gattin, die Janet, dann irgendwann mal ein Fahrzeug braucht, aber... Ich weiß doch nicht, ob wir uns da wieder einen neuen kaufen können, ne? Das wäre natürlich auch wieder die Frage. So. Ach, Mistregen hier. Regenschirme sollten sie einbauen. So. Oh Mann, ey. Wo habe ich denn geparkt, Mann? Ey, Mann, wo ist mein Auto? So. Ach, ich bin eigentlich auch beknackt. Wieso laufe ich da denn hin? Ich kann doch einfach draufklicken. Ach, ich habe es vergessen. So. Fahren wir mal zurück. Mit unserem... Oh. Das hört sich sogar so an. Als würde er durch Schlamm fahren. Oh, cool. So, Leute. Ich würde sagen, das war es wieder hier mit einer, äh, ja, sehr schönen Folge. Ähm, Infamous Dynasty. Ich fahre jetzt hier zurück. Beziehungsweise gehe mal kurz einen Kaffee gleich trinken hier in der Stadt. Da können wir eigentlich auch mal, dementsprechend mal kurz Halt machen. Und, ähm, ich werde mich irgendwo mal unterstellen. Und was haben wir heute gemacht? Ja, wir haben das eine Feld, äh, fertig gegrubbert. Das müssen wir in der nächsten Folge weitermachen. Wir haben den Hund, den Rex, für uns gewonnen. Ähm, ja, und, äh, vielleicht werden wir auch weitere Gewinne machen, indem wir dieses Fahrzeug hier veräußern. Weil ich brauche ihn nicht. Ich würde ihn einfach verkaufen. Ähm, schreibt es bitte mal in die Kommentare rein. Wenn euch die Folge natürlich gefallen hat, lasst einen Daumen da, Leute. Und, ähm, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Und, ja, ich sag mal, bis dahin. Tschö, tschö. Ciao, ciao. Bye, bye. Euer Homa. Tschö, 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 tschö.